Meine schwerste Prüfung als Moderator, ich muss jetzt drei Titel auf japanisch ansagen, Sie mögen es mir nachsehen, wenn ich es nicht ganz so gut kriege. Wir haben uns erwartet ein Streichquartett mit zwei Sängerinnen, also sechs Personen, die drei japanische Lieder spielen. Das erste Lied ist Hana, Blumen. Das zweite Lied ist Hidakokura, Hidakogen no Haru, das heißt, das wissen Sie wahrscheinlich alle, Vorfrühling in Hidakokura. Und das dritte Lied heißt Kanpio, um einfach zu sprechen, getrocknete Kürbisscheiben. Ja, ich freue mich auf drei japanische Lieder, gespielt von einem Streichquartett mit zwei Sängern in japanischer Sprache. Ich könnte sie Ihnen jetzt auch übersetzt vorlesen, aber ich glaube, die Sprache spricht von ihrer Melodie für Sie. Viel Spaß mit drei japanischen Lieder. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018